Herzlich Willkommen zu einem neuen Studium unseres Themas Christus und sein Gesetz. Heute beginnen wir eine Serie von Betrachtungen, die besonders mit dem Tod Jesu mit seinem Leben zu tun haben. Der Titel unserer heutigen Lektion ist Christi Tod und das Gesetz. Mit anderen Worten, in welchem Verhältnis steht Christi Tod und das Gesetz? Und das führt natürlich zu der Frage, warum musste Christus sterben? Musste er sterben oder musste er nicht sterben? Was ist die Rolle seines Todes? Was ist der Zweck seines Todes? Und an dieser Frage scheitern oder an dieser Frage sind die Menschen und die Christen verwirrt. Dabei ist es eine zentrale Frage, die wir uns stellen müssen. Christi Tod und das Verhältnis zum Gesetz. Deshalb wollen wir heute beginnen, dieses zu erfassen, was für so manchen Christen, aber auch Nicht-Christen manchmal schwer zu erfassen ist, wenn man einfach blockiert ist von seiner Sichtweise, die Dinge richtig zu sehen. Und so steht die Christenheit in diesem Spannungsverhältnis oder dieser Kontroverse besser gesagt, die einen behaupten, dass Christi Tod notwendig war, damit sie den Zorn Gottes besänftigt. Damit der Zorn Gottes besänftigt wird. Und liest man oberflächlich in der Schrift, könnte man ja sogar zu diesem Ergebnis kommen. Weil wir haben ja den Text, dass der Zorn Gottes abgewendet wird von dem Menschen, der an Gott glaubt. Steht nicht unter dem Gericht. So könnte man sagen, Gottes Zorn braucht eine Befriedigung. Und die Befriedigung ist nur, wenn er das Blut und das Leben seines Sohnes sieht, dann kann er mir vergeben. Und auch wenn ich das jetzt ein bisschen in die Extreme versucht habe zu erklären, so ist im Hinterkopf der meisten Christen das so. Auch wenn sie es bewusst nicht so denken, sie nehmen es so an. Weil sie handeln dementsprechend. Ich glaube, wir haben das oft genug gezeigt. Es ist nicht das, was ich im Bewusstsein richtig denke, sondern das, wie ich handle, was zeigt, was ich denke. Und da wir unsere Entscheidungen in unserem Herzen, das heißt in unserem Unterbewusstsein führen, wo wir meistens nicht wissen, wie wir es tun, so beweisen unsere Handeln und unsere Taten, was wir letztendlich glauben oder nicht glauben. So das, was ich äußerlich denke, was ich bewusst wahrnehme, ist nicht entscheidend. Sondern das, was ich tue, ist entscheidend. So in ihrer Handlungsweise glauben die Christen an diese Idee. Und dann kommt die andere Seite, die sagt, Christetod war nicht notwendig, weil Gott braucht kein Opfer, um mir vergeben zu können. Gott ist nicht blutrünstig, er ist liebevoll. Wenn ich als Mensch meinem Kinder vergeben kann, ohne dass ich ein Opfer brauche, wieso kann Gott mir nicht vergeben, ohne dass er ein Opfer braucht? Und so kommen menschlich gesehen logische Argumente zu tragen, die nicht abwegig sind in sich selbst. Aber man kommt zu einer Schlussfolgerung letztendlich, die fehlerhaft ist. Sowohl bei der einen Seite von Menschen, die den blutrünstigen Gott darstellen, ihrem Handeln, als auch die, die das Opfer dann komplett ablehnen und sagen, es war nicht notwendig. Deshalb, wie können wir in der Wirrwahl der Philosophie, in der Wirrwahl der Meinungen der Menschen ein solides, festes Bild haben von dem, was Christetod bedeutet für uns. Und von dem, wie es im Verhältnis zum Gesetz steht. So, dass wir nicht ein Spielball werden der menschlichen Mathematik, der rein begrenzten, sage ich mal, Fähigkeit des menschlichen Geistes, die Dinge wahrzunehmen. Wie können wir fest sein, damit wir es in Einklang bringen und in unserem Leben nicht schaucheln? Ich glaube, die Dinge sind einfacher, wie wir sie uns manchmal vorstellen. Ich bin sehr dankbar, dass ich auf dem Weg meines Lebens Arzt werden musste, um die Dinge des Geistes zu verstehen. Dieses hat mir sehr gut geholfen und hilft mir heute, den Tod Christi im Zusammenhang mit seinem Gesetz nach etwas zu beurteilen, was realistisch ist, nämlich was ich an einem objektiven Maß ablesen kann und nicht meiner Subjektivität und meiner Logik allein ausgesetzt bin. Das ist die große Not, dass die Theologie und die Philosophie und Psychologie unabhängig von dem Maßstab, das ist der Körper, eine Beurteilung und eine Lehre ist, die sich nicht gründet auf die Realität des Lebens selbst. Weil wir das Verhältnis zwischen Geist und Körper auf die Seite geschoben haben und damit in einem rein subjektiven Bereich sind und denken, hier im anderen sind wir im rein objektiven Bereich, sind wir so konfus. Würden wir beide Bereiche so sehen, wie Gott sie gemacht hat, dann kämen wir aus unserem Irrtum raus und hätten ein einfaches, klares Verständnis vom Verhältnis zwischen Christi Tod und dem Gesetz. Und dieses einfache Verständnis hat mir geholfen, vom Körper aus zu gehen, zu sehen, was ist es, was Christi Tod mir bringt. Bringt er mir auch Gesundheit oder bringt er mir nur im Geist eine Ideologie? Hat es einen Effekt auf meinen Körper? Ist Christi Tod für mich, für meine physische Gesundheit ein Mittel? Und ich habe festgestellt, durch dieses mehr und mehr Erkennen des Verhältnisses zwischen Geist und Körper, dass Christi Tod, dass das Kreuz Christi eine zentrale Rolle spielt in der physischen Gesundheit des Menschen. Dass das Gesetz Gottes die zentrale Rolle spielt in der Gesundheit meines Körpers. Ja, es gibt die physischen Gesetze, die auf meinen Körper einwirken, aber es gibt auch das geistige Gesetz, das auf meinen Körper einwirkt. Und auch hier können wir einseitig sein, indem wir nur die physischen Dinge auf dem Körper sehen, weil wir sagen, der Körper ist physisch, also wird nur die Physis ihm etwas schaden. Und dann gehen wir in die Richtung, dass nur Essen und Trinken und Lebensstil unser Heil sind. Aber wenn wir erkennen, dass der Geist den Körper lenkt, dass die geistige Kraft dem Körper das Leben gibt und dass die physischen Gesetze nur eine Unterstützung sind, dass das Ganze abläuft, wenn man erkennt, dass das Denken des Menschen, seine geistige Fähigkeit zu lieben, das Wichtigste ist, was dem Körper die Kraft gibt und die Gesundheit, dann sieht man, dass die Geisteshaltung ein entscheidender ist für die physische Gesundheit, für die körperliche Gesundheit. Es gibt sie beide. Sie müssen beide im Einklang sein. Ihr seht, wie wir verführt werden können. Der eine könnte sagen, nur der Geist zählt. Nun, der Geist zählt nicht alleine, weil der Geist ist abhängig vom Leib. So muss ich schauen, wie ich meinen Leib füttere, welche Mittel ich ihm gebe, dass er das, was der Geist tun will, auch tun kann, weil das hat eine Einwirkung auf den Geist. So ist es nicht belanglos, was ich esse und trinke, wie ich lebe, wie viel ich schlafe, wie viel Bewegung ich habe. All diese Dinge sind entscheidend für eine gute Funktion des Geistes. Und auf der anderen Seite brauche ich eine geistige Nahrung, die den Geist so ausstattet, dass er fähig ist, dem Körper nicht zu schaden durch sein Denken. Ihr seht, das Leben, und das erkenne ich immer mehr, kommt aus zwei Komponenten. Und wir müssen, wie man sagt, die Münze von beiden Seiten immer sehen. Jede Einseitigkeit führt zur Verirrung. Deshalb wäre es nicht richtig zu sagen, Lebensstil und dein Krebs hängt ab von dem, was du isst. Es ist nur, wenn überhaupt, ein Viertelchen der Wahrheit. Und auf der anderen Seite wäre es schlimm zu sagen, es ist nur dein Denken. Es ist auch nur die Hälfte der Wahrheit. So, ich brauche also, beide Komponenten in ihrem Zusammenhang zu sehen, damit ich nicht verirrt bin. Damit ich nicht das eine oder das andere nur benutze. Dass eines wichtiger ist wie das andere, ist klar. Dass es eine Priorität gibt im Leben, das Denken und der Geist Vorrang hat vor dem Essen, ist klar. Aber sie gehören beide zusammen. Das Pferd und der Wagen, ich habe das schon häufig versucht zu erklären, dass das nicht trennbar ist und auch nicht umkehrbar. Der Geist ist der Leiter. Der Körper folgt. Die geistige Nahrung ist die erste und entscheidendste. Und dann kommt die physische Nahrung, die, wenn ein richtiger Geist die Entscheidungen trifft, auch die Nahrung richtig ist. Aber wenn man nur sich auf das eine stützt, kommt man nicht zum anderen. Deshalb brauchen wir das Verhältnis, das existiert zwischen Geist und Körper. Weil die Kraft des Geistes die Hauptsache ist für den Körper, weil ich ihn sonst nicht bewegen könnte, sonst könnte ich nicht reden. Er hätte kein Leben in sich ohne den Geist, so sagt die Schrift. So können wir auch das moralische Gesetz, weil es geht ja hier letztendlich um das moralische Gesetz, um die Übertretung des moralischen Gesetzes, am Körper ablesen. Und können sehen, ob der Geist im Einklang mit dem moralischen Gesetz ist, weil es hat eine Auswirkung auf den Leib des Menschen. Und somit hat mir Gott geholfen, zu einem einfachen Verständnis zu kommen zwischen dem Verhältnis des Todes Christi, des Lebens Christi, seiner Auferstehung, des Zweckes seines Kommens. Auf geistiger Ebene, weil ich es messen kann am Körper des Menschen. Somit möchte ich es ganz einfach versuchen, jetzt zu erklären. Wie immer, im Überblick, wir werden noch in den Details kommen, aber vergessen wir den Überblick, können wir nicht in den Details richtig sehen und verirren uns und schießen ab von der Bahn mit bester Absicht. Aber auch eine gute Absicht, wenn du verführst wirst, bist du verführt. Ganz egal, wie gut meine Absicht ist, wenn ich Gewalt anwende in meinem Geiste, werde ich meinem Körper Schaden tun. Ganz egal, wie nobel und wie gut mein Denken und meine Absicht war, etwas zu tun. Deshalb lasst uns von der Klarheit des Lebens lernen, von der Praxis die Theorie verstehen. So, wir haben am Anfang gesehen, dass das Gesetz Gottes gegeben wurde und es der Ausdruck seines Charakters ist. Wir haben gesehen, dass Gott die ganzen Elemente seiner Schöpfung durch klare Gesetze steuert. Könnt ihr euch noch erinnern an die Zeichnung, wo die Kraft Gottes durch das Gesetz im Leben funktioniert? Diese Kraft Gottes ist durch das Gesetz und kommt an alle Lebewesen und an alles, was Gott geschaffen hat. Die Sonne geht nicht aus ihrer eigenen Kraft und schleuchtet, die Erde geht nicht aus ihrer Kraft. Wir haben das alles gesehen. Jetzt kommen wir zum Verhältnis des Gesetzes und dem Menschen. Der Mensch wurde im Ebenbild Gottes geschaffen. Das bedeutet, ihm wurden Gesetze gegeben, die er selber nutzen muss und mit Kraft erfüllt. Das heißt, wenn er die Gesetze nutzt, dann kann er etwas vollbringen. Nein, benutzt er die Gesetze nicht, kann er das, was das Gesetz vorschreibt, das man vollbringen kann, nicht tun. Deshalb können wir heute nur durch Erkenntnis der Gesetze Dinge konstruieren und sie dementsprechend, ob das vom kleinsten Auto bis zum größten Flugzeug ist, ob das in der Kleinigkeit oder im Großen ist. Alles, was wir Menschen so konstruieren können, konstruieren wir nach festen Gesetzen. Und dieses ist das, was uns Gott gegeben hat, dass wir nicht nur unter dem Gesetz stehen als physische Wesen, sondern dass wir als geistige Wesen mit Verantwortung das Gesetz nutzen, um zu dienen. So, der Mensch wurde gemacht, um ähnlich wie Gott Dinge zu nutzen, um Dinge zu tun, zu entscheiden. Dieses ist der nicht, der Materie selbst nicht gegeben, sondern nur der Geistesfähigkeit. Und wir haben gesehen den Unterschied zwischen den Geisteswesen, Tiere und Menschen haben einen Geist und wir haben gesehen, es gibt einen Unterschied. Während ein Tier klaren Gesetzen folgt und sich denen unterstellt, so ist der Mensch in der Lage, bewusst diese Gesetze zu übertreten, gegen sie zu sein. Das Tier, wenn es Gesetz bricht, tut es es nicht, weil es eine Verantwortung hat oder ein Bewusstsein darüber, sondern als Folge des Übertretenes des Menschen. Aber den Unterschied müssen wir verstehen. Wenn ein Kind, ein Säugling, etwas in den Mund tut, was giftig ist, hat es keine Verantwortung dafür. Aber das Gesetz seines Körpers wird dem Gift es nicht entschuldigen, dass es Gift gegessen hat, sondern es wird die Folgen haben. Anders ist es mit dem erwachsenen Menschen. Wenn ein erwachsener Mensch aus Unkenntnis, wenn er es auch besser hätte wissen können, das Gift nimmt, dann ist er voll verantwortlich für die Folgen, die entstehen. So, hier liegt das, was wir verstehen müssen, wie der Mensch zum Gesetz stehen muss. Und der Mensch, als Gott ihn geschaffen hat, hat ihn getan, dass er zum Gesetz eine Identifikation hat. Und hat der Mensch die Identifikation mit dem Gesetz nicht, sondern rebelliert er mit dem Gesetz, dann hat er das Folgen. Und das sehen wir heute in unserer Welt und wir sehen es an unserem Körper, wenn der Geist des Menschen gegen das Gesetz Gottes ist, ob bewusst oder unbewusst, die Folgen sind gleich. Deshalb, lasst uns das kurz anschauen, wie muss das aussehen, wie hat er Gottes gemeint mit dem Menschen, als er ihnen die Verantwortung gab, das Gesetz zu nutzen. Wenn ich das aufmale wieder in einem Bild, weil das immer das einfachste ist, wenn das hier Gott ist und er hier durch sein Gesetz alles lenkt, weil er durch das Gesetz wirkt, dann hatte Gott hier den Menschen gemacht, damit er mit Verantwortung das Gesetz erfüllt. Das Gesetz tun. So, Adam wurde dazu berufen, über die Erde, so ähnlich wie Gott das Ganze lenkt im Universum, auch die Verantwortung zu tragen und das Ganze zu lenken im Sinne des Gesetzes Gottes. Er sollte allen Tieren, dem ganzen Geschöpfe dienen. Er sollte durch Liebe für sie da sein. Sein Leben sollte ein Leben des, wenn man so will, aufopfernd sein für das Gut der Welt, in der Gestalt war. Dann hätte er das Gesetz erfüllt und alles wäre prima weiter verlaufen. Aber der Adam und die Eva entscheiden sich aus Unkenntnis, wenn man so will, auch der Konsequenz, obwohl Gott ihnen die Konsequenz gegeben hat, sie entscheiden sich, dass sie das Gesetz brechen, dass sie dieses eine kleine Verbot zu essen von dem Baum übertreten. Die Menschen werden ungehorsam. Die Folge des Ungehorsams ist Krankheit und Tod. Das ist die Folge des Essens von dem Baum. So, und jetzt will Jesus und Gott diesen Menschen nicht in diesem Zustand lassen. Er möchte ihn wieder zurück holen und dann in diesem Zurückholen, welches ist seine Absicht, dass er etwas macht, dass er das Gesetz abtrickst oder wie soll ich sagen, dass er am Gesetz vorbei den Menschen doch erlösen kann? Was soll die Erlösung bewirken im Leben des Menschen, während das Gesetz bestehen bleibt? Hier kommt die Not des logischen Denkens des Menschen, weil er denkt jetzt, in diesem gefallenen Zustand ist der Mensch jetzt nicht mehr fähig Gott zu gehorchen. Das ist ganz klar, er ist nicht mehr fähig. Aber was soll jetzt die Erlösung und der Tod Christi tun im Leben des Menschen? Soll es nur entdecken, dass er sozusagen Vergebung hat? Oder soll die Erlösung den Menschen wieder in die Lage bringen, das Gesetz tun zu können? Das sind die zwei Dinge, die wir verstehen müssen. So, der Erlösungsplan, die Gnade Gottes, die Gnade Gottes hat zum Ziel und muss es bewerkstelligen, dass der Mensch Adam wieder fähig ist, das Gesetz zu tun. Deshalb ist das in der Bibel der erste Adam und das hier der zweite Adam. der erste ist der, den Gott gemacht hat bei der Schöpfung. Der zweite Adam ist Christus. Er hat die Aufgabe und die Fähigkeit, den Menschen wieder in die Lage zu bringen, das Gesetz zu halten. nicht nicht nur, dass er Vergebung hat für das, was er getan hat in der Vergangenheit, nein, er muss in die Lage gebracht werden, die Voraussetzung, die Gott am Anfang gemacht hat, wieder zu erfüllen. Das ist der Ziel, das ist das Ziel der Lösung. Und um dieses Ziel zu reichen, müssen natürlich zwei Dinge geschehen. Das eine ist, ich brauche natürlich für meine Übertretung des Gesetzes einen Satz. Ich muss aus der Übertretung, die ich getan habe, rauskommen. Dafür kann ich aber nicht mehr, ich kann nicht mehr in die Vergangenheit gehen. aber wenn das alles wäre, dann wäre das Ganze nicht sehr erfolgreich. Ich brauche auch eine Kraft, die mich wiederherstellt, dass ich dem Gesetz genauso gehorchen kann, wie Adam, bevor er in die Sünde fiel. Ich muss also in der Lage versetzt werden durch die Erlösung, das Gesetz Gottes wieder völlig zu halten. Das sind die zwei Dinge, die wir verstehen müssen. Ich brauche Vergebung, aber es nutzt mir nichts. Ich wäre nicht glücklich, wenn Gott in meinem Leben mir vergeben würde, wenn ich mich ärgere über meine Frau, weil sie unpünktlich ist, oder egal welchen Mangel sie hätte, den ich bemängle. und jedes Mal kriege ich dann meine Magenschmerzen und ich gehe zu Gott und ich bitte ihn um Vergebung, ich bitte ihn um Heilung und er tut beides, damit ich dann bei der nächsten Situation wieder in die Sache reinfalle und wieder das selbe Zeremonial mache. Ist das Erlösung? Das wäre für mich keine Erlösung. Ich möchte erlöst werden. Ich möchte wieder die Fähigkeit haben, was auch immer der Fehler eines anderen Menschen ist, ihn lieben zu können, geduldig mit ihm umzugehen, keine herrscher Gewalt mehr über ihn auszuüben. All das möchte ich eines Tages tun. Für mich wäre Erlösung nicht genug, jedes Tag nur Vergebung zu bekommen und zu sagen, ach Herr, ich bin doch so ein schwaches Wesen. Ich gehe daraus zu Gott nicht, damit er mir nur vergibt. Nein, ich möchte eine Kraft haben, um eines Tages dem Gesetz wieder so gegenüber zu stehen, wie es Christus kommt, als er Mensch war auf Erden und in keinem einzigen Schritt gesündigt hat. Genau dahin will ich kommen, sonst wäre die Erlösung für mich nicht erstrebenswert. Sie wäre nicht attraktiv. Was nutzt es? Nur eine Therapie von Symptomen. es ist so absurd, wie wir sowohl in der Religion als in der Medizin dieselbe Schema haben. Wir behandeln Folgen. Wir gucken uns an, was hat es gebracht und haben eine Salbe, damit wir über die Wunde schmieren. Das ist nicht genug. Das sagt uns auch mal unser Menschenverstand. Wir wollen Prävention haben. Wir wollen es versuchen zu verhindern, dass es überhaupt kommt zur Wunde. Genau das ist es. Genau das wollen wir. Wir wollen präventiv vorgehen. Wir wollen dazu kommen, dass wir die Wunde nicht mehr haben. Dann brauchen wir auch keine Schmiermittel mehr. Ich möchte nicht mein Leben lang schmieren, sondern ich möchte, dass die Wunde heilt. Ich möchte befreit sein komplett von meiner Unfähigkeit, die Wunde zu verhindern. Dann nur macht für mich Erlösung Sinn. Dann nur kann ich sie lieben. Dann nur kann ich zu Gott gehen jeden Tag und sagen okay, ja, ich habe gestern versagt. In dieser Sache, wie komme ich da raus? Weil ich möchte eines Tages in dieser Sache nicht mehr versagen. Ich möchte eines Tages keine Magenschmerzen mehr haben. Nicht weil ich nicht möchte, dass mir jemand einen in den Magen haut. Sondern weil ich möchte, in meiner Fähigkeit, meines Geistes zu lieben, meinen Magen nicht beschädigen. Und das kann ich nicht. Außer durch meinen Erlöser. Und das wollen wir uns anschauen. Wir haben in unserer Lektion zwei Textabschnitte. Das ist Römer Kapitel 7 und Kapitel 8. Und wenn man an diese Sache nicht hinangeht mit einem körperlichen Verständnis und der Auswirkung des geistigen Gesetzes auf den Körper, kann man es nicht wirklich verstehen, was der Paulus meint. Paulus hatte ein klares Verständnis auch über die Ursache der Krankheit. Und er wusste auch über diesen Zusammenhang. Er sagte in Römer 12 als Zusammenfassung seiner ganzen theoretischen Lehre, weil ich teile es immer so auf, die ersten 8 Kapitel sind die Theorie, die Paulus versucht darzustellen, die 9, 10 und 11 sind wie es sich auf die Juden bezieht und ab 12 kommt er letztendlich zum Thema und versucht es den Leuten praktisch zu zeigen, um was es geht. Und in der Praxis sagt er im Kapitel 12 Versäinz ich ermahne euch nun liebe Brüder angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht dieser Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. So er sagt, das gibt den Zusammenhang zwischen der körperlichen Weihe. Ich soll meinen Körper als ein lebendiges heiliges Gott wohlgefälliges Opfer bringen. Paulus nimmt die Analogie des Opferdienstes und sagt, das Opfer, das gebracht werden musste, durfte keinen Fehl haben an Körper. und ein Geist. Und so soll es auch sein in meinem Leben. Ich soll körperlich Gott ein gesundes Opfer bringen durch die Erneuerung meines Sinnes. Wie soll das geschehen? Wie kann ich es tun? Wie kann ich dieses Verhältnis am besten verstehen? Nun, ich lese zuerst die Theorie, die der Paulus schreibt in Kapitel 7 und dann versuchen wir es an einem konkreten Beispiel zu sehen. In Kapitel 7 da geht es um das Verhältnis zwischen dem Sünder und dem Gesetz und er sagt so ab Vers 9 Kapitel 7 Römer 7 Ich aber lebte als ich noch ohne Gesetz war als aber das Gebot kam lebte die Sünde auf und ich starb und eben dieses Gebot das zum Leben gegeben war erwies ich für mich als tot bringend denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe so so das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig gerecht und gut hat nun das Gute mir den Tod gebracht das sei ferne sondern die Sünde hat damit sie als Sünde offenbar werde durch das Gute meinen Tod bewirkt damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot so das Sünde und das Gebot steht in einem Zusammenhang und er sagt das Gebot das mir zum Leben gegeben war erwies sich für mich als Tod bringend lasst uns das mal versuchen zu verstehen anhand einem konkreten physischen Beispiel weil dann wenn wir das anhand eines Beispiels verstehen dann wird uns gewisse Sachen klar so wir haben hier in unserem einen Fall es ist ein reeller Fall aber wir können egal welchen Fall nehmen es geht um das Erkennen des Prinzip aber ich suche einen extremen Fall damit wir an der Extreme sehen was möglich ist und nicht so hier haben wir einen Mörder der die Tochter eine Mutter umbringt hier haben wir die Mutter und jetzt habe ich die Mutter als Patientin sie hat nach dem Tod ihres Kindes nachdem der Mörder ihr Kind umgebracht hat wird sie krank sie wird körperlich so krank dass sie in den besten Jahren ihres Lebens in den 30er und 40er Jahren ihres Lebens berentet werden muss weil sie nicht mehr fähig ist zu handeln wir können auch die Geschichte nehmen der des Mörders in Norwegen der die 70 Kinder wenn ich mich noch richtig erinnere an die Zahl oder 69 umbringt und tötet wenn wir jetzt die Eltern und die Verwandten dieser Kinder betrachten würden dann würden diese Menschen aufgrund der Situation die entstanden ist in der Zeit haben sie nicht nur Herzeleid sondern enorme körperliche Krankheiten die zu einem frühen Tod führen ich werde neugierig heute nach drei Jahren könnte ich und hätte ich die Möglichkeit alle diese Verwandten zu untersuchen nach ihrem körperlichen Status um zu sehen was in ihnen passiert ist und so mancher ist wahrscheinlich schon gestorben aufgrund des Ereignisses aber nicht der Mörder hat sie umgebracht sondern wie stirbt sie wie stirbt wieso geht diese Frau zugrunde wieso geht diese Frau zugrunde auf ihrer körperlichen Ebene wieso warum warum wird sie krank und nicht er warum ist das Opfer das was letztendlich die Krankheit hat die Antwort ist ganz einfach Beide Menschen alle Menschen stehen unter dem Gesetz der Liebe alle stehen unter dem Gesetz Liebe deinen Nächsten wie dich selbst so der Mörder übertritt das Gesetz er liebt den Nächsten nicht wenn ihn umbringt aber interessanter weise wird er nicht krank dadurch das ist manchmal für uns konfus zu verstehen dass nicht jede übertretung des moralischen Gesetzes einen Einfluss hat auf die körperliche Gesundheit aber manches haben so er wenn er die Tat getan hat aus ich weiß nicht wie auch dieser Mörder in Norwegen hatte ja eine noble sage ich mal Idee in seinem er wollte die Welt retten und wollte damit aufmerksam machen dass die Welt im zerstören ist und er wollte sie retten indem er aufmerksam macht dass er all die Kinder umbringt dass die Menschen sehen wo sie hin steuern ist doch ein nobler Gedanke die Welt retten zu wollen oder nicht und ihr seht wie verführerisch er sein kann so deshalb der Mörder ist nicht gefährdet krank zu werden aber diese Mutter wird krank weil sie genau dasselbe Gesetz bricht was auch der Mörder bricht deshalb lasst uns uns nicht verführen zu denken dass man ein großer Sünder sein müsste um krank zu werden Mord Ehebruch Urerei Schwelgerei wo man dabei fröhlich und glücklich ist und gewissenslos handelt führt nicht zu einer körperlichen Krankheit weil ich finde das ja okay das ist die große Not des Asaf in Psalm 73 er wäre schier gescheitert an dieser Sache dass dasselbe Gesetz den einen krank macht und den anderen nicht und es macht es deshalb nicht krank weil er nicht in der direkten Situation steht Gewalt auszuüben weil ihm jemand jemanden weggenommen hat in dieser Gefahr steht die Mutter der Geist der Mutter ist verpflichtet ganz egal was der Mörder tut ihn zu lieben und dadurch dass er verpflichtet ist ihn zu lieben sie aber das erfüllen kann oder nicht nein sie kann dieses Gesetz nicht erfüllen deshalb wird ihr das Gesetz Liebe deiner Nächsten wie dich selbst zu was das Gesetz war dir gegeben zum Leben aber in dem Moment wo du es nicht mehr erfüllen kannst wird es dir zum Tode auch er hat vor Gott eine Verantwortung abzulegen ganz klar aber da die Tat aus Lust aus Begierde eine Art Befriedigung ist des Geistes führt sie nicht zu einer unbedingten Dysfunktion des Körpers während es aber bei der Mutter oder bei jedem Opfer in so einer Situation eine enorme Dysfunktion bringt weil sie würde das Ganze wieder rückgängig machen sie würde alles wieder so herstellen wie es war und das geht nicht und so ist sie die die in der Not ist wenn man so will in der größeren Not gegenüber dem Gesetz wie der Mörder auch er wird seine Verantwortung vor Gott ablegen müssen ganz klar deshalb ist es nicht der der am meisten sündig der krank ist sondern man kann ein sehr großer Sünder sein die Gesetze der Moral stark übertreten und keine körperliche Krankheit haben solange man es so tut dass ich sage jetzt mal mir eine Befriedigung bringt irgendwann irgendwann mal kommt jeder in die Not gegen sich selbst vorzugehen aber hier in diesem Beispiel möchte ich das deutlich machen dass nicht jedes übertreten des moralischen Gesetzes nicht jede Lüge führt zu einer körperlichen Schaden tue ich sie um mich zu retten denke ich ich habe was gutes getan schadet mich nicht lüge ich aber und ich habe dann gewissens bisschen danach dann kriege ich meine körperlichen Schäden so deshalb das Gesetz wurde beiden zum Guten gegeben beide übertreten das und ich wollte deshalb dieses Beispiel nehmen dass wir verstehen sie ist in der Lage in der sich Paulus befindet in Kapitel 7 Paulus sie mag eine Christin sein sie mag egal welches Glaubens zu haben sie mag sagen von sich dass sie das Gesetz lieb hat der Paulus sagt hier ich lese ab Vers 14 denn wir wissen dass das Gesetz geistlich ist ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft denn was ich vollbringe billige ich nicht denn ich tue nicht was ich will sondern was ich hasse das übe ich aus wenn ich aber das tue was ich nicht will so stimme ich dem Gesetz zu dass es gut ist jetzt aber verbringen nicht mehr ich dasselbe sondern die Sünde die in mir wohnt denn ich wenn ich weiß dass in mir das heißt in meinem fleisch nichts gutes wohnt das wollen ist zwar bei mir vorhanden aber das vollbringen des guten gelingt mir nicht das heißt auch wenn diese frau sagt ja gottes gesetz ist gut gottes gesetz ist schön und ich wünschte mir den mörder lieben zu können eines könnte so sich zumindest wünschen doch das ist irgendwo nicht so leicht aber nehmen an sie sie liebt das gesetz sie wünscht sich es tun zu können so wird sie feststellen dass sie absolut nicht kann und die die versuchen dann hier zu sagen vergebung sie muss ihm vergeben ja was soll sie ihm vergeben wenn sie vergibt liebt sie dann wo steht sie dann weil der Mensch kann theoretisch gesetzlich vergeben aber er kann nicht lieben so nutzt es die vergebung auch nichts sie ist ein selbst betrug weil ich kann vor dem gesetz nicht schummeln es geht nicht wenn ich das was dem körper schade tue dann schade das dem körper ganz egal wie ich das nenne deshalb damit ich jetzt verbringe nicht mehr ich dasselbe sondern die sünde die in mir wohnt so in dieser frau wohnt etwas wir nennen es mal hier in diesem geist wohnt etwas ich sage es es wohnt es ist die sicht oder das auge es wohnt die sünde da drin und diese sünde verhindert dass auch wenn sie es sich wünschte zu tun dass sie es nicht tun kann denn ich weiß dass in mir das ist in meinem fleisch nichts gutes wohnt das wollen ist zwar bei mir vorhanden aber das vollbringen des guten gelingt mir nicht denn ich tue nicht das gute das ich will sondern das böse das ich nicht will das verübe ich schaut wir alle verstehen das ist jetzt das extrem beispiel aber wir alle verstehen wir haben einen partner und der macht manchmal dinge die nicht mit unserem willen einstimmen und wir stürmen dagegen los und was passiert wir haben aber verstanden in unserem geist dass es nicht gut ist was wir tun und tun es trotzdem weil wir einfach die Kontrolle nicht haben über uns selbst wenn das passiert so denn ich tue nicht das gute das ich will sondern das böse das ich nicht will das verübe ich wenn ich aber das tue was ich nicht will so verbringe nicht mehr ich es sondern die Sünde die in mir wohnt ich finde also das Gesetz vor wonach mir das mir das ich das Gute tun will das Böse anhängt Versteht ihr wer führt zu der zu der ich sag jetzt mal zum Tod dieser Frau es ist die Unfähigkeit das Gesetz zu halten obwohl das Gesetz zum Guten zum Leben gegeben war ich finde also das Gesetz vor wonach mir dass ich das Gute tun will das Böse anhängt das Gesetz hängt mir also das Böse an es zeigt mir ich kann nicht lieben und es verdammt mich weil ich nicht lieben kann und ich habe in mir die Sünde die nur lieben kann der der wert ist zu lieben also bin ich völlig blockiert menschlich völlig unmöglich das zu tun ich finde das Gesetz vor wonach mir dass ich das Gute tun will der ich das Gute tun will das Böse anhängt denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen das heißt ich wünsche es mir zu tun zu können ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde das in meinen Gliedern ist ich elende Mensch wer wird mich erlösen von diesem Todes Leib ich brauche einen Erlöser wenn andere Menschen Fehler tun ich brauche einen Erlöser und das ist das fiese an der an der sündigen Natur dass sie mich betrügt mit dem Guten ich will das Gute tun ich will friedlich mit allen Menschen leben aber jetzt komme ich in Konfrontation und ich komme in so eine Situation dass um mich unfriedliche Menschen sind ob sie mir jetzt das Kind umbringen und so extrem ist oder ob sie mir nur noch böse ins Angesicht schauen ob sie mich bestehlen oder mein Teil meines Gartens über was auch immer es ist von der kleinsten Kleinigkeit bis zur großen Sache wenn jemand meinen Willen kreuzt bin ich gefährdet mich selbst zu zerstören nicht weil ich das Gute nicht tun will sondern weil ich es nicht kann nicht weil ich nicht gerne möchte der liebevollste Mensch sein nein wenn ich das sehe hier wenn ich die Ungerechtigkeit sehe wenn ich diese Dinge bin ich unfähig sie auszuüben in diesem Zustand sind wir Menschen und in diesem Zustand können wir nicht erlöst werden wir müssen nicht umbringen jemanden um verloren zu gehen es reicht schon wenn wir den der das böse tut nicht lieben können deshalb jesus war nie versucht jemandem was weh zu tun umzubringen oder böse dinge zu tun da war jesus nicht versucht weil das ist nicht die wurzel der sünde in seinem geiste wollte er nur das gute aber warnt warnt massiv versucht an der stelle der frau gegen die ungerechtigkeit vorzugehen er war massiv versucht in der not sich selbst zu helfen brote zu machen er war massiv versucht als er die heuchlischen pharisäer und schiff gelehrten sah sie zu verdammen und verurteilen er war versucht mit gewalt das gute zu erbringen weil das ist die wurzel der sünde und jesus kam nicht um mord wegzutun er kam nicht dass wir nicht mehr töten er kam nicht damit wir ich sag mal nicht mehr Ehe brechen auf der oberflächlichen Seite er kam dass in unserem Herzen nicht mehr die Idee herrscht ich bin Gott ich muss über den anderen bestimmen er kam um dem opfer zu helfen dass das gute will aber nicht kann er kam um ein erlöser zu sein für diese frau weil in ihrer handlung ist sie unfähig das gesetz zu erfüllen wir haben vielleicht eine wahl an der oberfläche ob wir jemand töten oder nicht aber hier aber keine wahl hier bist du opfer deines eigenen geistes deiner eigenen sicht und es zerstört deinen eigenen leib damit ist mir klar was der paulus meint in römer kapitel 7 mir ist klar warum er schreit in verzweiflung nach einem erlöser weil er sieht sich in der situation dieser frau der das gute will erfindet das gesetz gut aber er kann nicht dem der es bricht den kann er nicht gern haben und genau genau darum geht es auch im lösungsplan hat gott wie steht gott zu den zwei nur so als neben gedanken noch liebt gott die frau liebt liebt den mörder ist die liebe gleich dir zu beiden will er beide erlösen ganz klar wir alle sagen jeder christ den ich frage diese frage sagt ja gott liebt beide gleich beide brauchen einen erlöser der eine weiß es vielleicht nicht aber der andere müsste es anhand seines körpers erkennen dass er einen erlöser braucht so warum kam christus warum musste er am kreuz sterben die antwort ist einfach er musste den menschen in eine fähigkeit versetzen das gesetz wieder halten zu können ja ich brauche vergebung für die vergangenheit und nur am kreuz konnte ich eins werden mit christus am kreuz nimmt er mein leben er kennt die skizze mit dem kreuz mit dem austausch am kreuz wurde mein leben ausgetauscht ich bekomme seins und er bekommt meins meine vergangenheit ist seine seine vergangenheit ist meine das ist ein geschenk des glaubens ist wunderbar ich brauche es ohne das kann ich nicht leben aber ich brauche mehr als das und beides kommt immer im paket versteht ihr geist und körper müssen zusammen arbeiten sonst sind sie tot wenn sie getrennt sind und so ich kann auch nur vergebung der sünde haben wenn ich willig bin dass diese not in mir nicht mehr sündigen zu wollen aufhört wenn ich willig bin alles dran zu setzen frei zu sein und Liebe üben zu können ganz egal in welchem Umstand so christus kam paulus sagt es so ich danke gott durch jesus christus unserem herrn so diene ich selbst nun mit dem geist gesinn und dem gesetz gottes mit dem fleisch aber dem gesetz der sünde so geist und fleisch sind insoweit so weit unterschiedlich dass er das fleisch ist auch im geist das fleisch ist nur die sündige natur und die sündige natur kann niemandem anders gehorchen als dem gesetz der sünde das sündige fleisch kann nicht ist nicht fähig es ausüben deshalb muss dieses sündige fleisch sterben es gibt keine andere möglichkeit es gibt jetzt keine verdammnis mehr für die welche in christus jesus sind die nicht gemäß dem fleisch wandeln sondern gemäß dem geist ja das ist nicht in allen übersetzungen so aber wir verstehen es warum ist keine verdammnis mehr in einem menschen nur weil er vergebung hat nein weil er jetzt fähig ist das gesetz auszüben deshalb gibt es keine verdammnis mehr in einem menschen er erklärt es ja dann schön denn das gesetz des geistes des lebens in christus jesus hat mich frei gemacht von dem gesetz der sünde und des todes denn was dem gesetz unmöglich war weil es durch das fleisch kraftlos war das tat gott indem er seinen sohn sandte in der gleichgestalt wie das fleisch der sünde ja wir finden es hier er musste in der art und weise kommen wie diese frau mit dieser sündigen natur um der sünde willen und die sünde im fleisch verurteilte er musste also das problem an dem schopf packen aber zu welchem zweck das kommt im nächsten text damit die vom gesetz geforderte gerechtigkeit in uns erfüllt würde die wir nicht gemäß dem fleisch wandeln sondern nach dem geist so es geht also nicht um eine vergangenheits bewältigung allein beim paulus nein nein seine not ist es tun zu können nicht befreit zu werden von der schuld in römer kapitel 7 und kapitel 8 geht es nicht um befreit zu werden von einer schuld nein es geht um aus einer gefangenschaft rauszukommen die durch den tod allein möglich ist deshalb bringt das beispiel im römer 7 am anfang ist jemand verheiratet mit jemandem muss man aneinander halten bis der tod einen trennt und dann kommt man aus der gefangenschaft raus und er verwendet das um zu zeigen den sinn des todes christi und unseres todes sind er kann nämlich sagen ich bin zusammen mit christus gekreuzigt er kann sagen in galater 6 ich trage die wundmale an meinem leib weil ich bin christus christus ist gekreuzigt die welt und die welt mir ich lese es vielleicht damit ich nicht falsch zitiere galater kapitel 6 vers 14 von mir aber sei es fern nämlich zu rühmen als nur des kreuzes unseres herrn jesus christus durch das mir die welt gekreuzigt ist und ich der welt ohne das kreuz gibt es keine erlösung weil es muss am kreuz etwas geschehen nicht dass es gott befriedigt sondern mich befähigt etwas zu tun was ich nie mehr unter der sündigen natur tun kann deshalb muss diese sündige natur sterben und da ich es ja nicht tun kann sonst sterbe ich kam christus und tat es für mich so wie sieht das aus christus kommt auf diese welt er kommt geboren vom geiste gottes und geboren von von dem samen der frau er kommt als mensch und übernimmt vom menschen alles was die maria hat inklusiv das sogenannte sündige fleisch und er hat natürlich auch das richtige auge er hat auch die richtige sicht der dinge er kann also beides tun das ist das was der mensch nicht hat was diese frau nicht hat von ihrer geburt an christus hatte sowohl die klare das klare verständnis der gemeinschaft mit seinem vater weil er war ja aus zwei hälften ein mensch geworden er war in verbindung mit gott durch den heiligen geist er wusste und konnte das gute wählen und was der mensch nicht mehr kann deshalb kommen die menschen in der not dass sie christus nicht verstehen weil sie denken wenn er in der sündigen natur gekommen ist dann müsste er doch so wie ein mensch auch handeln ja er kam in der sündigen natur plus der göttliche natur und er kam um für den menschen was der mensch selber nicht tun kann weil er musste inkarniert werden um dieses ding hier zu kreuzigen und mit den ganzen folgen deshalb ist alles rühmen des paulus im kreuz weil das kreuz macht mich frei im leben eines menschen heutzutage eines erlösungsbedürftigen menschen wie ich bin kann ich nicht teilhaber werden der göttlichen natur es sei denn durch den tod am kreuz der tod am kreuz führt dazu dass der teil meiner sündigen natur stirbt und ein anderer an stelle kommt nämlich die geistige natur gottes die natur von der petrus spricht in seinem dritten brief im ersten kapitel wir sind teilhaber geworden der göttliche natur aber das können wir nicht wenn das ich nicht zuerst stirbt so christus kreuzigte sein ich das ganze leben lang und am kreuz hat er es endgültig gekreuzigt weil da war es am allermeisten gefordert herauszukommen dort wo in petrus verließ wo judas ihn verließ wo er zusehen musste wie eine seiner besten jünger das heißt eine seiner jünger sich umgebracht hat wo er dort wo er alles mitbekam all diese dinge das musste er aushalten und sich nicht emporheben und sagen jetzt mache ich schluss mit dieser ganzen bande es geschehen zu lassen war die größte versuchung christi und er ließ es geschehen weil er sich auf seinen vater verließ und das ich kreuzigte weil nur so habe ich eine chance das gesetz zu halten ohne die kreuzigung des ichs ist eine haltung des gesetzes nicht möglich und die kreuzigung des ichs ist kein keine sache auf einmal sondern sie ist eine sache die schrittweise vorgeht eines nach der anderen es wird manchmal so dargestellt wenn es von vornherein ein komplettes ding ist nein nein als mein ich gekreuzigt wurde als gott mich wieder bekehrte vor knapp elf jahren da war mein ich in den größten teilen meines lebens immer noch lebendig es war nur ein teil von diesem ich überwunden und da kam die göttliche natur anstelle und an dem teil kann ich überwinden weil ich dort eine wahl habe in den anderen teilen habe ich keine wahl in den anderen teilen muss ich den mörder hassen ich muss den mörder gewalt antun und hätte ich die macht würde ich ihn genauso töten wie er mein kind getötet hat weil ich dieselbe natur habe wie der mörder der mörder hat auch dieselbe natur er hat das falsche auge warum würde er denn sonst ein kind missbrauchen und misshandeln so das heißt beide sind verführt nur sie hat er die fähigkeit zu verstehen dass sie einen erlöser braucht warum ist das kreuz notwendig für mich ganz klar es muss mir das leben jesu geben für meine vergangenheit bleibt eine sünde in meinem leben bestehen aus meiner vergangenheit ist das mein verhängnis das gesetz am ende beim gericht wird niemanden entschuldigen auch die die mich nicht krank gemacht haben die sünden werden nicht wenn sie nicht weg sind aus meinem leben werden sie mich verdammen weil das gesetz nicht übersehen kann das gesetz ist unveränderbar wie gott es ist nicht gott der befriedigt werden muss es ist dass das leben im universum nicht möglich ist wenn der mensch verantwortungslos verantwortungslos ist das leben ist nicht fähig wenn einer nicht liebes fähig ist deshalb muss gott und aus der not in die wir hineingefallen sind wieder fähig machen zu lieben am kreuze werde ich heil von meiner vergangenheit aber ich werde heil von der wurzel der sünde die muss nämlich kaputt gemacht werden wenn die nicht kaputt gemacht wird nutzt die ganze religion null diese frau kann bitten wie viel sie will um vergebung ihrer sünden und sagen ich bin ein erlöstes kind sie kann das gesetz nicht halten und sie zerstört sich selbst ich kann noch so jauchzen und die besten vorträge und predigten halten wenn ich nicht eines tages fähig bin die fehler aller meiner mitmenschen stehen zu lassen mich nicht gegenüber ihnen ein po hebe und über sie bestimmen will und herrschen will dann nutzt mir das ganze nichts weil eine teilerlösung ist nicht eine ganze lösung deshalb sagt er die schrift so deutlich christus starb um die vom gesetz geforderte gerechtigkeit in mir erfüllt würde nicht in ihm die menschen glauben die erlösung es reicht aus wenn christus gerecht gelebt hat das gesetz ist damit befriedigt gott ist okay ich muss nicht mehr gerecht leben weil ich habe ja gottes gerechtigkeit an meines oh was für ein irrtum für diese frau nutzt ihr die ideologie null für den menschen in der not nützt seine ideologie und sein christentum nichts wenn er nicht lieben kann ich kann sagen ich bin erlöst ja zeige es doch zeige es in der fähigkeit dass die gerechtigkeit vom gesetz gefordert in dir erfüllt ist und dass der paulus nicht das nur einmal sagt das sagte kolosser 1 ganz deutlich das geheimnis offenbart christus in euch die hoffnung der herrlichkeit die gerechtigkeit das geheimnis muss offenbar werden christus in euch die hoffnung der herrlichkeit die gerechtigkeit muss in mir erfüllt werden deshalb musste christus sterben am kreuz weil ich keine fähigkeit hatte mein ich zu kreuzigen er musste es für mich tun damit er es auch in mir tun kann sein leben steht für mich wie ein stück brot und ich kann daraus nehmen und die dinge weg tun so wie er es weggetan hat in seinem leben ist meine einzige hoffnung dass ich hier einen mörder lieben kann der mir mein kind umbringt ist von christus zu essen weil so wie er seine mörder lieben konnte ohne wenn und aber hat er sie geliebt hat christus bewiesen dass er kein problem hat mit seinen mördern hat er irgendein hemmnis gehabt hat judas petrus die soldaten kaifers pilatus herodes hat er irgendwo gezeigt dass er sie nicht gern hat ich finde es nicht christus konnte unter allen umständen das gesetz erfüllen deshalb christus in mir die hoffnung der herrlichkeit aber kommt nicht in mich hinein es sei denn übers kreuz deshalb sagt paulus ich will mich von nichts anderem loben als vom kreuz ich habe keine fähigkeit dieses ich selbst zu zerstören nur christus hat es gehabt er kam und hat kombiniert die gefallene natur mit der göttlichen natur und hat die eine immer gekreuzigt und die andere kam hervor jetzt kommt er in mein leben um dasselbe zu tun durch seinen geist und um das zu sehen an der skizze wollen wir es nochmal anschauen er kommt es zu tun in mir in mir weil ich muss das gesetz erfüllen können nicht er für mich das wäre verantwortungslosigkeit deshalb gehen so viele christen und nicht christen in ihre sagen ja wenn gott für mich gestorben ist dass ich verantwortungslos weiterleben soll das macht keinen sinn nein christus in mir ich muss fähig sein dass die gerechtigkeit gottes in meinem leben erfüllt wird damit die vom gesetz geforderte gerechtigkeit in uns erfüllt würde die wir nicht gemäß dem fleisch wandern sondern gemäß dem geist denn diejenigen die gemäß des fleisches sind trachten nach dem was dem fleisch entspricht diejenigen aber die gemäß der geistes sind trachten nach dem was dem geist entspricht denn das trachten des fleisches ist der tod das trachten des geistes aber leben und frieden weil nämlich das trachten des fleisches feindschaft gegen gott ist denn es unterwirft sich dem gesetz gottes nicht und kann es auch nicht nein dieses ich solange nur dass ich in meinem leben herrscht ist null fähigkeit das gesetz zu erfüllen null fähigkeit nichts deshalb ohne dass das kreuz stirbt dass ich nicht dass ich muss aber sterben damit ich teilhaber werde der göttliche natur deshalb hat kaulus das kreuz im zentrum gehabt hat gesagt für die griechen ist es eine torheit für die juden ist es ein stein ist ein hindernis für uns aber die wir gläubig werden und selig werden ist es die kraft gottes zur seligkeit lasst uns zusammenfassen mit der frage die wir am anfang begonnen haben brauchte gottes opfer nein gott brauchte das opfer nicht um mir vergeben zu können aber die natur der sünde erlaubte es nicht dass ich eine lösung finde außer ich sterbe und da gott das wusste dass durch die sünde diese veränderung in menschen stattgefunden hätte und er keine chance mehr hätte auf zurückzukommen wieder in den zustand das gesetz zu erfüllen und zu lieben darum sandte er seinen sohn um das für ihn zu tun aber nicht nur in der sinne des stellvertreter sondern auch in dem sinne es ihn zu befähigen es selbst wieder zu tun zu können durch seine kraft so die erlösung christi ist nicht ein gott etwas zu verändern sondern im menschen gott braucht keinen tod um mir zu vergeben es ist nur nicht möglich erlöst zu werden wenn ich nicht von dem gesetz der sünde befreit werde von meinem ich von von stolz und egoismus es würde nichts nutzen wenn gott mir nur vergibt versteht ihr den sinn was nutzt die vergebung wenn der mensch alles weitermacht was nutzt die salbe auf der auf der wunde wenn die wunde nicht heilt wenn die wurzel der wunde nicht weggenommen wird weil die vergebung ist nicht das wegnehmen der wunde ist nicht das wegnehmen der ursache die vergebung ist nur das heilmittel dass die wunde da ist vergeben kann mir gott immer aber es geht ja nicht was gott kann sondern was ich kann ich muss das gesetz halten können nicht er ich kann nur dann leben wenn ich das gesetz halte nicht wenn er das gesetz für mich hält versteht ihr es geht nicht auf körperliche bis klar gott kann für mich nicht denken gott kann für mich nicht essen so kann er auch für mich nicht den mörder lieben er kann es nicht er kann mir nur ein mittel zur verfügung stellen wodurch mein eigenes sich stirbt und ich hand anlegen kann an die gnade und sagen okay und jetzt lerne ich den mörder zu lieben weil ich will es das ist der grund warum christus sterben musste vergebung ist eingeschlossen in den tod des ichs ohne tod des ichs ist vergebung null und nicht ich sie bringt nichts ich hoffe dass wir das verstanden haben deshalb brauchte nicht gott das opfer wir brauchen es in uns kann kein neues leben entstehen wenn nicht dass ich stirbt und würden wir sterben dann können wir nicht leben deshalb hat gottes an unserer stelle getan so ist christus unser stellvertreter geworden er hat für uns ein makelloses leben gelebt er hat für uns das ich immer gekreuzigt mit dem er dass er von der maria übernommen hat er hat in seinem leben nie den raum gegeben seiner gottheit in dem sinne dass sie herauskommt und ordnung macht er hat sich immer seinem vater unterstellt und nichts aus sich selber heraus getan sondern alles aus dem willen des vaters dadurch hat christus für mich etwas geschaffen was jetzt für mich zugänglich ist er ist für mich am kreuz gestorben den tod den ich für mich nicht sterben könnte weil dann bliebe ich tot er starb damit er mir vermitteln kann die vergebung für die vergangenheit und die fähigkeit die gerechtigkeit vom gesetz gefordert jetzt und heute und morgen auszuüben das ist der sinn warum er kam ich hoffe dass wir das alles verstanden haben wenn nicht wir werden in den nächsten stunden das noch wiederholen und hoffentlich verstehen ein für allemal um nicht mehr in die eine oder andere richtung abzuwerfen um nicht mehr ein spielball der ideologien und des des ich sag jetzt mal der verführung auf geistlicher ebene zu sein die bibel ist klar und deutlich der gehorsam gegenüber dem gesetz ist vor der erlösung pflicht gewesen und wird mit der erlösung immer eine pflicht bleiben jeder der denkt dass das der tod christi ihn vom gehorsam befreit ist in der lüge jeder der denkt dass gott an opfer gefallen hat und im opfer jetzt seine lösung findet glaubt eine lüge weil wenn das so wäre dann wäre der große kampf mit golgatha beendet gewesen und diese 200 2000 jahre danach machten keinen sinn gott hat keinen gefallen am opfer das hat er gesagt ich will nicht opfern ich will gehorsam das opfer war notwendig wegen des ungehorsams nicht wegen ihm wegen uns wir haben keine chance mehr jesus christus ist unsere einzige hoffnung sein kreuz ist die einzige hoffnung aus der sünde herauszukommen aus der sündigen natur ab zu sterben obwohl wir sie besetzen und eines tages die völlige göttliche natur eingebaut zu haben unser leben und das fleisch beständig gekreuzigt halten das ist der grund weshalb wir noch hier sind das ist der grund weshalb der große kampf noch nicht beendet ist weil die gerechtigkeit vom gesetz gefordert nicht nur in christus erfüllt werden muss sondern in mir als mensch das sagte schrift und bis gottes nicht in der zahl zusammengeführt hat die er es haben möchte um zu beweisen dass seine gerechtigkeit durch christus in menschen erfüllt wird kann er das ganze ding hier nicht abschließen deshalb studieren wir das ob wir fähig sind willig sind mit gott zusammenzuarbeiten dass unser leben ein reines und heiliges wird ohne wenn und aber ohne ein tüpfelchen lieblosigkeit weil wenn nur ein teil meiner lieblosigkeit bleibt dann was hat mir das ganze genutzt es gibt nur alles oder nichts ich möchte alles haben möchte eines tages durch gottes gnade wachsen und die liebe gottes völlig fähig sein zu leben ich möchte dass dieser text in meinem leben erfüllt wird er sagt damit die vom gesetz geforderte gerechtigkeit in uns erfüllt werde er sagt nicht in christus in uns erfüllt wird er die wir nicht gemäß dem fleisch wandern sondern gemäß dem geist wir müssen die gerechtigkeit leben das ist die einzige hoffnung deshalb starb christus ohne seinen tod wäre das für mich wie möglich gewesen durch seinen tod kann ich vergebung haben und durch seinen tod bekomme ich kraft dass ich zu kreuzigen und täglich mehr von der göttlichen natur zu haben bis ich die stufe die petrus in kapitel 1 eines dritten briefes erklärt hat nämlich seines seines ersten briefes seines zweiten briefes erklärt hat nämlich dass ich vom glauben zur erkenntnis komme von der erkenntnis zur selbstbeherrschung von der selbstbeherrschung zum standhaften aussahnen vom standhaften aussahnen zur gottesfurcht von der gottesfurcht zur bruderliebe und von der bruderliebe zur agape liebe das ist die stufe wir müssen sie erreichen mit gottes hilfe dahin zu kommen dass die agape liebe unser ganzes herz durchströmt und wir fähig sind die guten zu lieben aber auch die mörder das ist warum wir christus brauchen und je mehr wir von ihm nehmen umso mehr können wir einsetzen unser leben die frage ist willst du das auch willst du eine symptom behandlung oder möchtest du die ursache weg tun ich danke gott so sehr dass er mit der symptom behandlung nicht zufrieden ist weil sie löst das problem nicht wir brauchen eine ursachen behandlung wenn die ursache weg ist schmiere ich die sache bis das ganze geheilt ist und dann kommt es nicht mehr dann brauche ich kein schmiermittel dann brauche ich keine vergebung mehr dann brauche ich auch kein opfer mehr wenn man ich tot ist dann bin ich ein freies wesen zu dienen dem lebendigen gott im einklang mit seinem gesetz das will ich ja willst du sagen amen